Freundinnen und Freunde der Sterne, am 13. Mai wird die Venus rückläufig und zaubert wieder einen neuen Punkt ihres magischen Pentagramms an den Himmel. Das ist immer eine ganz besondere Zeit und darum soll es in diesem Video gehen. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Wenn die Venus rückläufig wird, ist das immer eine sehr spezielle Phase für unsere Beziehungen und die Liebe, aber auch in finanzieller Hinsicht. Und nicht nur das, die Rückläufigkeit der Venus erinnert uns auch an die magische Seite der Venus als Göttin der Weiblichkeit. Im ersten Teil dieses Beitrags werde ich euch zeigen, wie die Venus als Planet ein magisches Pentagramm an den Himmel zeichnet. Im zweiten Teil gehe ich darauf ein, was die Rückläufigkeit der Venus für die Liebe und die Finanzen bedeutet. Dass die Venus der Planet der Liebe ist, wissen glaube ich die meisten. Die Venus ist das Prinzip der Beziehung. Sie symbolisiert unser Streben danach, uns mit anderen Menschen zu verbinden, nicht nur mit Liebespartnern, sondern auch in Freundschaften und Familien. Die Venus möchte Beziehungen stiften und von Beziehungen profitieren. Sie sorgt dafür, dass wir nicht alleine bleiben. Und das entspricht dem Prinzip des sozialen Luftzeichens Waage, wo die Venus als Abendstern herrscht. Sie hat aber auch noch eine andere Seite. Sie regiert nämlich auch unseren Besitz, unsere materiellen Werte, auch den Selbstwert, das Geld und die körperlich sinnliche Seite der Liebe. Das entspricht dem Prinzip des Erdzeichens Stier, in dem die Venus als Morgenstern regiert. Deswegen ist die Venus im Horoskop nicht nur für die Liebe, sondern auch für das Liebegeld zuständig. Aber die Venus ist noch weit mehr als das. Sie ist eine mächtige Göttin der Weiblichkeit und hat zu allen Zeiten das kulturelle Menschen der Leben beeinflusst. Schon die Maya, die hervorragende Astronomen und Himmelsbeobachter waren, kannten die Zyklen der Venus und ihr magisches Pentagramm. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Das ist nämlich unglaublich faszinierend. Die Venus wird etwa alle 18 Monate rückläufig. Das ist an sich erstmal nichts Besonderes, denn von der Erde aus gesehen werden alle Gestirne außer Sonne und Mond regelmäßig rückläufig. Doch die Venus zeichnet dabei ein faszinierendes Muster ins Horoskop. Und ihr Zyklus enthält außerdem die Zahlen des goldenen Schnittes, eine Art Konstante für unser kulturelles und künstlerisches Empfinden. Und aus der Formel des goldenen Schnitts wiederum lassen sich zahlreiche Grundprinzipien des natürlichen Formenwachstums ableiten, zum Beispiel das universelle Prinzip der Spirale. Das steckt alles in den Himmelsbewegungen der Venus. Wie entsteht nun dieses Pentagramm und wie kommen wir auf diese Zahlen? Indem wir beobachten, wann sich die rückläufige Venus jeweils in einer Konjunktion mit der Sonne verbindet. Das passiert innerhalb von acht Jahren fünfmal in verschiedenen Zeichen des Zoroskops. Und dann beginnt der Zyklus von neuem. Und da haben wir dann auch schon die Zahlen fünf und acht, die zum goldenen Schnitt gehören. Das will ich euch jetzt zeigen, damit ihr das nachvollziehen könnt. Der aktuelle Zyklus beginnt mit der Konjunktion der Sonne und der rückläufigen Venus am 3. Juni 2020 in den Zwillingen. Und das haben wir hier ins Horoskop eingezeichnet. Die nächste Konjunktion ist am 9. Januar 2022 im Steinbock. Dann haben wir rund 18 Monate später wieder eine solche Konjunktion und zwar am 13. August 2023. Dann ist die Venus im Löwen rückläufig. Die darauf folgende Konjunktion findet am 23. März 2025 auf 2 Grad Widder statt. Die fünfte und letzte Konjunktion dieses Zyklus wäre dann am 24. Oktober 2026 auf 0 Grad Skorpion. Und mit der sechsten Konjunktion am 1. Juni 2028 beginnt die Venus dann ihren nächsten Zyklus in den Zwillingen. Und wenn wir nun alle Konjunktionen in der Reihenfolge ihres Auftretens mit einer Linie verbinden, entsteht ein makelloses Pentagramm, der fünfzackige Stern der heidnischen Göttin im Horoskop. Ist das nicht wunderschön? Mathematisch hat jeder Zyklus jeweils fünf Konjunktionen während eines Zeitraums von acht Jahren. Dann beginnt ein neuer Zyklus. Und das Verhältnis von fünf zu acht entspricht dem goldenen Schnitt und auch der berühmten Fibonacci-Reihe, welche das Prinzip der universellen Spirale beschreibt. Auch der Aufbau der fünfblättrigen Blüte beruht auf diesem Zahlenverhältnis. Und auch das Pentagramm selbst beinhaltet diese Zahlenmagie. Und das heißt, die Venus als Prinzip der Weiblichkeit malt ihr eigenes himmlisches Zeichen ins Horoskop, nämlich das magische Pentagramm. Für mich ist das jedes Mal wieder ein Gänsehautmoment, mir das zu vergegenwärtigen. Das magische Pentagramm oder auch der Drudenfuß, bei dem die Spitze nach oben zeigt, war seit Urzeiten das Zeichen der Hexen, weisen Frauen und Schamaninnen. Natürlich nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, die magische Praktiken ausübten. Es wurde aber zum Beispiel auch später von den Freimaurern und diversen Geheimbünden als Zeichen verwendet. Es war auch bekannt als das Kreuz der Heiden. Die heidnischen Religionskulte waren der großen Göttin gewidmet, lange bevor die Christen versuchten, die Göttin und ihren magischen Kult auszulöschen. Die Wiederentdeckung der wilden Lilith hat viel dazu beigetragen, dass wir uns das Wissen über die alten Göttinnenkulte und die Kräfte des Matriarchats wieder zurückerobert haben. Die Venus hat dagegen so ein bisschen ihre magische Bedeutung verloren. Stattdessen hat sie sich sehr erfolgreich als Göttin der Liebe, Schönheit und des Reichtums etabliert und ist als solche eine gewaltige Kraft in unserer Gesellschaft. Das ist aber fast ein wenig oberflächlich verglichen mit der tiefen magischen Bedeutung der Venus als allumfassendes weibliches Prinzip. An diese besondere Bedeutung dürfen wir uns gerne zu jeder ihrer Rückläufigkeiten erinnern, wenn sie wieder das magische Pentagramm an den Himmel und ins Horoskop zeichnet. Soweit meine Betrachtungen zur magischen Seite der Venus und ihres Pentagramms. Jetzt wollen wir uns die psychologische und finanzielle Bedeutung anschauen, die wir in der Astrologie dem Transit der rückläufigen Venus zuordnen. Und wie sich das jetzt beim aktuellen Transit für euer Sternzeichen bzw. Aszendentenzeichen auswirkt, darauf bin ich im Sternzeichen-Video für den Mai ausführlich eingegangen. Das könnt ihr euch dann ergänzend auch nochmal anschauen. Viele von euch haben schon davon gehört, dass die rückläufige Venus eine Liebe aus der Vergangenheit zurückbringen kann. Das ist ja immer so bei den Rückläufigkeitsschleifen der Planeten, dass es eine Art Richtungswechsel gibt, oft verbunden mit einem Blick zurück in die Vergangenheit. In diesem Falle der Blick zurück auf vergangene Beziehungen. Das kann sich auf verschiedene Weisen äußern. Entweder eine verflossene Liebe aus eurer Vergangenheit meldet sich nochmal bei euch oder ihr verspürt selbst den Drang, euch an eine alte Liebe zurückzuerinnern oder sogar Kontakt mit der Person aufzunehmen. Das Ganze hat aus kosmischer Sicht auch einen tieferen Sinn. Es geht nämlich darum, den Beziehungsfragen aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Die rückläufige Venus bringt den Wunsch, sich nochmal damit zu beschäftigen, was schiefgelaufen ist. Und wir können eine Chance für die Zukunft daraus machen, indem wir diese Erkenntnis auch umsetzen und beschließen, daraus etwas für zukünftige Beziehungen zu lernen. Das kann innerlich geschehen oder eben auch tatsächlich mit der betreffenden Person. Und so kann unter der rückläufigen Venus eine schon einmal gelebte und beendete Beziehung wieder neu angefangen werden, wenn man bereit ist, nicht in die alten Muster zurückzufallen, sondern die Knackpunkte anzuschauen und gemeinsam daran zu arbeiten, sie zu überwinden. Manchmal ist es auch einfach die Chance, Dinge zu klären, die in einer Beziehung schiefgelaufen waren, um dann mehr Frieden zu finden. Kompliziert wird es, wenn die Beteiligten noch Gefühle füreinander haben, aber einer oder beide sich bereits in neuen Beziehungen befinden. Auch dann kann eine Klärung heilsam sein, denn man kann ja auch für eine neue Partnerschaft aus den Fehlern alter Beziehungen lernen. Da die Rückläufigkeit der Venus diesmal in den Zwillingen stattfindet, ist das Bedürfnis, über alles zu reden, bestimmt besonders groß. Zum Glück lässt sich das ja auch unter den immer noch erschwerten Umständen, die wir im Moment haben, hinbekommen. Gespräche gehen immer, zur Not auch übers Telefon, WhatsApp, Skype oder Zoom. Jetzt ist allerdings dieser Venus-Transit besonders tricky, weil die Venus währenddessen auch noch ein Spannungsfeld zu Romantikplanet Neptun bildet. Das ist zwar einerseits sehr prickelnd, aber andererseits steigert es auch die Gefahr von Täuschung und Enttäuschung. Sowohl Gespräche mit dem Ex als auch neue Partnerschaften könnten darunter leiden, dass man nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden kann oder dass man Träume und Wünsche in solche Gespräche hineinpackt, die sich als Illusion erweisen. Seid am besten bereit, einander genau zuzuhören und zu unterscheiden. Das ist nämlich die Kraft der Zwillinge, das Unterscheiden, was wirklich gesagt wurde und was eigentlich mehr nur Traum und Fantasie ist. Man kann sich natürlich auch ganz bewusst einer süßen Fantasie hingeben, wenn man sich vorher schon darauf einstellt, dass diese auch wieder vorbeigehen kann. Und wenn ihr jemand Neues kennenlernt unter diesem Transit, würde ich euch dringend empfehlen, die 90-Tage-Regel anzuwenden. Das heißt, drei Monate abwarten, ehe ihr lebensverändernde Entscheidungen bezüglich dieser Liebe trefft. Das ist bei diesem Transit jetzt besonders wichtig und zwar aus folgendem Grund. Die Rückläufigkeit der Venus dauert bis zum 25. Juni, aber im Juni wird auch der Merkur rückläufig und zwar vom 18. bis zum 12. Juli. Das heißt, das Thema der Umkehrungseffekte zieht sich dann noch länger hin. Auf Missverständnisse in der Liebe folgen Missverständnisse in der Kommunikation und eins geht ins andere über. Insofern sehen wir eigentlich erst ab Mitte Juli wieder wirklich klarer, was Sache ist. Das Gute ist jedoch, auf die Rückläufigkeit folgt auch wieder Direktläufigkeit. Und wenn ihr eine vielversprechende Liebelei begonnen habt, die unter der rückläufigen Venus zum Erliegen gekommen war, kann die dann auch noch mal eine neue Richtung nehmen und sich zum Positiven entwickeln. Der Transit hat jedoch nicht nur für die Liebe, sondern auch finanziell erhebliche Auswirkungen. Ich habe ja eingangs gesagt, die Venus ist auch Planet des Geldes und der Werte und erfahrungsgemäß bringt ihre Rückläufigkeit häufig auch in finanzieller Hinsicht eine Richtungsumkehrung mit sich. Besonders in den Tagen um den 13. Mai sind entsprechende Ausschläge an den Finanzmärkten zu erwarten. Für die Finanzmärkte bin ich jetzt allerdings keine Expertin. Informiert euch darüber bitte bei meinem Ehemann, dem amerikanischen Finanzastrologen Ray Merriman. Er hat eine englische und eine deutsche Homepage und beides verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ray weiß alles über Finanzastrologie, da seid ihr gut aufgehoben. Ich kann euch aber an dieser Stelle schon mal generell sagen, dass die rückläufige Venus ungünstig für Verträge ist, die mit Geld und Werten zu tun haben. Auch Beziehungsverträge wie etwa Hochzeitstermine legt man im Allgemeinen nicht so gerne in die Zeit mit der rückläufigen Venus. Ihr solltet damit rechnen, dass es bei finanziellen Verträgen und Vereinbarungen zurückziehen kommt oder dass Projekte noch mal neu bewertet werden. Deswegen ist es am besten, man verzichtet während dieser Phase darauf, neue finanzielle Verbindungen einzugehen und wenn doch, muss man damit rechnen, dass es anfangs Rückschläge gibt. Da kommt es dann darauf an zu erkennen, ob eine Sache trotz möglicher Richtungsänderungen oder Neubewertungen Potenzial hat. Wenn man mit guten Leuten zu tun hat, dann sollte man sich nicht gegenseitig Vorwürfe machen, sondern gemeinsam mit Geduld und Umsicht durch den Nebel dieses Transits steuern. Denn die Sache kann sich immer noch gut entwickeln, wenn die Venus und letztlich auch der Merkur wieder direktläufig sind. Es kann also bis Mitte Juli dauern, ehe sich das tatsächliche finanzielle Potenzial eines Projekts zeigt. Genau wie in der Liebe wirkt sich auch hier der Spannungsaspekt zu Neptun erschwerend aus, weil er zusätzlich zu den Rückläufigkeitsproblemen auch noch eine Neigung zu Illusionen oder auch Betrug und Täuschung anzeigt. Dieser Aspekt hält den Mai über an und lässt dann nach. Das heißt, obwohl die Venus erst am 13. Mai wirklich rückläufig wird, ist der ganze Mai über ein recht prekärer Monat für die Liebe und die Finanzen. Auf der sicheren Seite sind wir dann wieder ab Mitte Juli, wenn sich Venus und Merkur wieder im Vorwärtsgang befinden. Das waren meine Gedanken zur rückläufigen Venus 2020. Wenn ihr immer benachrichtigt werden wollt, wann ich neue Videos hochlade oder einen Livestream mache, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Alles über den Venus-Transit in eurem persönlichen Horoskop erfahrt ihr im Sternzeichen-Video für den Mai. Empfehlen möchte ich euch außerdem mein neues Interview mit Christoph Niederwieser über die vier Elemente. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!